Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Adventskalender 2019 mit einem neuen Adventskalendertürchen. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern ich habe meinen Bruder Hannes dabei. Hallo! Hi Hannes! Und wir haben auch heute wieder ein Thema, das wir ja schon mal behandelt haben, ne? Um genau zu sein gestern. Genau. Und zwar sprechen wir heute über Jan Tenner, der neue Superheld. Die Neuauflage, beziehungsweise nicht Neuauflage, sondern das Weiterführen des Jan Tenner-Universums. Genau. Und das kam dieses Jahr raus. Der offizielle Release war am 27.09. mit Folge 1. Bis jetzt sind sechs Folgen erschienen. Genau. Wir können sie auch kurz nennen. Folge 1 ist ein neuer Anfang. Folge 2, der lautlose Tod. Folge 3, das Hirn des Bösen. Folge 4, Gefangene der Parallelwelt. Folge 5, Angriff des Rattenkönigs. Und die letzte Folge, die ich jetzt noch nicht auf CD habe, ist In der Hölle von Ostland. Das ist so vollkommen richtig. Und was macht das Ganze so besonders? Es ist nämlich eine Fortsetzung der alten Geschichte 30 Jahre später. Und sie haben es geschafft, den Großteil der Sprecher, die nicht zwischendurch leider verstorben sind, wieder in den alten Rollen vor das Mikrofon zu kriegen. Zum Sprecher-Cast sagen wir gleich nochmal was, weil der ist in meinen Augen einfach unfassbar gut. 30 Jahre nach der letzten Folge steigen wir wieder ein. Es gibt einen kleinen Rückblick, der noch mit Jan Tenner und Laura in der Zeit von vor 30 Jahren spielt. Da hört man dann schon ein bisschen, dass Lutz Riedl und Marianne Groß ein wenig in die Jahre gekommen sind. Aber das ist zu verzeihen, weil da kann man ja nichts dran ändern. Und die machen das trotzdem sehr, sehr toll. Ja, und dann passiert etwas. Das will ich jetzt auch nicht spoilern. Und dann setzt ein Zeitsprung ein von 30 Jahren. Und dann haben Jan Tenner und Laura zwei Kinder. Nämlich Jan Tenner Junior und Lara. Die haben sie nicht Laura Junior genannt. Gott sei Dank. Das ist so schon verwirrend genug. Ja, es wäre schon Jan Tenner Senior und Jan Tenner Junior und dann auch Laura Senior und Laura Junior. Es wäre schon arg hart. Aber General Vorbett und Professor Futura sind auch wieder da. Mit neuer Besetzung zwar. Und zwar Professor Futura gesprochen von Kaspar Eichel. General Vorbett von Thomas Kästner. Aber ich finde, die geben denen richtig gut den Charakter wieder, den sie auch vorher schon hatten. Ja, genau. Heinz Giese, der ehemalige Sprecher von General Vorbett, ist ja leider verstorben. Der ist auch schon längere Zeit tot, meines Wissens. Klaus Nägelen, der ehemalige Sprecher von Futura, der lebt noch. Der ist aber 1927 geboren und ist damit ja schon 93 im Jahr 2020. Das ist dann auch vielleicht ein Alter, wo du dann nicht mehr als Sprecher arbeitest. Es ist ja eh schon faszinierend, dass diese Sprecher noch bis ins hohe Alter sprechen. Also teilweise 70 Jahre ist ja da keine Ausnahme. Das ist ja von allen Kunstschaffenden, also Schauspieler setzen sich ja eh mal zur Ruhe. Aber Hörspielsprecher oder Hörbuchsprecher haben eine viel längere Halbwertszeit. Das finde ich aber auch schön, weil man hat sich an diese Stimmen gewöhnt und man hat diese Stimmen ja auch sehr lieb gewonnen. Der Erzähler jetzt zum Beispiel ist Till Hagen. Till Hagen hat vorher in den alten Jan Tenner Folgen einige Nebenrollen gesprochen, jetzt keine besonderen, sondern irgendwelche Leute halt und ist jetzt eben der Erzähler und war halt zum Beispiel auch Zoo Werther Karl in Benjamin Blümchen. Also diese Sprecher sind halt auch schon ewig unterwegs und erfreuen einen schon ewig mit ihrer Stimme. Also wenn man auf die Seiten von diesen Hörspielsprechern geht oder ja überhaupt Synchronsprechern, wie unfassbar viele Sachen die vertont haben. Also wir haben das jetzt im Vorfeld dieses Kalendertürchens mal gemacht und es ist schon verrückt. Also Lutz Riedl spricht Jan Tenner Senior, Marianne Groß spricht Laura und deren Tochter im echten Leben, Sarah Riedl, spricht auch die Tochter im Hörspiel, nämlich Lara. Und das finde ich halt, ich finde es einfach mega cool. Sie haben leider entweder keinen gemeinsamen Sohn oder der kann nicht sprechen, weil nämlich Jan Tenner Junior nämlich von Florian Clyde gesprochen wird. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, habe ich nachgeschaut, die haben anscheinend nur zwei Töchter, also Annemarie und Sarah Riedl. Nur. Florian Clyde, auch kein Unbekannter, hat Han Solo in Solo A Star Wars Story zum Beispiel synchronisiert. Tanja wird von Olivia Büschken gesprochen. Tanja ist ja die ehemalige Freundin von Jan Tenner, die spielt auch wieder eine Rolle. Und Tanja, finde ich, hat den coolsten Wandel vollzogen, oder? Von der, nimm deine Jacke mit, Tanja, zur, ich drehe euch allen in den Arsch, Tanja. Richtig cool. Ja, die ist schon ziemlich cool. Und Olivia Büschken ist die Tochter von Uwe Büschken. Warum sage ich das? Weil Uwe Büschken Pinky aus Pinky & Brain ist. Ist doch schön, oder? Hier kann man nochmal ansetzen, dass auch Mimo, der Bordcomputer, wieder dabei ist. Und der wird auch immer noch von Wilfried Herbst gesprochen. Also da, diese Stimme ist auch erhalten geblieben. Also im Endeffekt sind drei von dem Hauptcast wiedergekommen. Und einer, Professor Fatura, ist nicht wiedergekommen, weil er aus Altersgründen. Und ich würde Tanja, die ehemalige Tanja, jetzt nicht zum Hauptcast zählen. Deswegen, die wurde nämlich auch neu besetzt. Aber das war auch nötig. Also, ja, hört man dann in der Geschichte. Ja, das wäre, glaube ich, nicht tragbar gewesen, wenn es wieder, also wenn es halt eine 30 Jahre ältere Frau gesprochen hätte. Man kann alle Folgen auf Spotify anhören. Wenn ihr Jan Tenner allerdings so mögt wie Hannes und ich, dann bitte ich euch, das Projekt auch so zu unterstützen, dass ihr die CDs kauft, dass diese Serie fortgeführt wird. Ähm, es sind jetzt, wie gesagt, die ersten sechs Folgen sind erschienen. Weitere werden dann wohl erscheinen, wenn es erfolgreich ist. Also, vermute ich jetzt einfach mal. Ist zumindest so geplant. Also, das ist sowas, man so durchhört. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, eine Herzensangelegenheit, euch zu sagen, wenn ihr Jan Tenner tatsächlich mögt, dann überlegt euch, ob ihr euch die physische Kopie besorgt, einfach nur, um das noch mehr zu unterstützen. Jetzt könnten wir kurz auf die Geschichte eingehen, weil im Gegensatz zu den alten Jan Tenner-Folgen beginnen die ersten sechs Folgen gleich als zusammenhängende Geschichte. Die nicht unbedingt ein zusammenhängender Handlungsstrang sind, aber die einzelnen Episoden beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, Charaktere, die jetzt auftauchen und was erleben oder Ereignisse, die eintreten, werden dann in weiteren Folgen wieder thematisiert. So wie es aussieht, gibt es auch einen Hauptbogen, der sich gerade noch so langsam entspinnt, dass man noch nicht genau sagen kann, in welche Richtung er geht. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte für Antagonisten und ja, ich will, das ist ein bisschen schwer zu sagen, wenn man nichts spoilern möchte, aber es ist auch so ein bisschen diffus noch, dass ich selber mich auch nicht zu einer Aussage hinreißen lassen möchte. Ich sag mal so, ich finde die Superschurken, die da aufgebaut werden, ziemlich cool. In der Folge Das Hirn des Bösen, da wird zum Beispiel ein Superschurke aufgebaut, der auch noch später eine Rolle spielt. Das finde ich sehr gut gemacht. Übrigens ganz lustig finde ich, dass auf dem Cover von Gefangene der Parallelwelt das eine Ehe von Parallelwelt umgedreht ist. Das ist richtig cool, also das zeigt in die falsche Richtung. Wie sie das wohl gezaubert haben. Ja, wie gesagt, ich möchte gar nicht so viel auf die Story eingehen, weil ich nichts verraten möchte. Also ich habe die Folgen gehört, mir haben sie gut gefallen, auch von der Sprecherleistung, aber auch von der Geschichte, weil die Geschichte jetzt nicht so platt ist wie die ehemaligen Antenner-Geschichten. Die sind auf jeden Fall feiner und ich denke auch, dass die von vornherein ungefähr wissen, wo sie hinwollen und nicht so wie bei dem alten Antenner. Ja gut, da wusste man halt auch nicht, wie lange die Serie läuft und dann haben sie natürlich erstmal so Monster of the Week Episoden gehabt. Jetzt ist es halt schon so, dass das zwar immer noch so ein bisschen Monster of the Week ist, aber mit einem viel umfassenderen Handlungsbogen. Also ich finde es sehr, sehr gut gemacht. Was mir aufgefallen ist, die Antenner ist ganz schön blutig geworden. Also Jan Tenner, der neue Superheld Jan Tenner, ist laut Kiddings ab neun und eine Ein-Sterne-Rezension bei Amazon sagt, dass eine von den beiden, dass es einfach schrecklich sei, sehr viel Gewalt und Morde, es ist nicht für Kinder ab neun geeignet. Also ich sag mal so, ich fand es auch schon, also ab neun würde ich es jetzt auch nicht empfehlen. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Es ist aber schon brutaler, als die alten Jan Tenner-Folgen waren. Auf der anderen Seite löst sich doch in diesem roten Nebel irgend so ein Typ auf. Der löst sich da nicht auf, aber der, also erstmal fliegt ein Vogel da rein und stirbt und der Typ, alle Typen, die da drin sind, denen geht es nicht gut und die werden ohnmächtig oder kippen so leicht um und werden dann aber noch gerettet. Es stirbt da keiner. Okay. Auf der anderen Seite wurde in der allerersten Folge ja auch der Busfahrer schwer verletzt damals. Also Gewalt gab es schon früher, aber ich habe irgendein Gefühl, dass es trotzdem ein bisschen expliziter ist. Ja, finde ich auch. Nichtsdestotrotz sind die Geschichten aber schön erzählt und ich finde auch ganz wichtig, sie greifen diesen Charme der früheren Jan Tenner-Folgen sehr gut auf. Dieses, dieses Trashige von früher, wo jeder Schlag angekündigt und beschrieben wurde, das ist jetzt nicht so. Es ist ein ziemliches Effektgewitter, aber es wird, finde ich, trotzdem dieser, dieser, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dieser Vibe wird irgendwie ganz gut eingefangen. Also es ist auf jeden Fall noch Jan Tenner. Die alten Sprecher helfen natürlich dabei. Ich finde es auch clever gelöst, dass sie mich Jan Tenner Senior wieder auferstehen lassen als derjenige, der die ganze Action erlebt. Also es ist durchaus eher zentriert auf Jan Tenner Junior. Ja, der macht halt die Action, aber Jan Tenner Senior, also Lutz Riedl, ist nicht komplett raus. Nee, 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 nee noch was? Ich hätte eine kleine Geschichte gefunden. Bei Zauberstern gibt es nämlich ein Jan Tenner Abonnement, wo man sich für 46,99 die Folgen 7 bis 12 im Abo sichern kann. Die werden dann einem zugeschickt. Die haben auch, glaube ich, schon Namen, wenn ich das hier sehe. Und es müsste auch, weil das der Hintergrund ist, auch das neue Artwork von Jan Tenner. Und da sehen wir Schatten über Westland, Inversion von den Sternen, Zweisteinschwur, der Sternenfresser, Herr des Nichts und das Urteil der Hohen sind anscheinend die Folgen, die dann kommen. Das klingt ja super. Das klingt sehr cool. Wir merken auch, Professor Zweistein kommt anscheinend auch wieder vor, spätestens in Folge 9. Sehr cool. Na, dieses Abo werde ich mir wahrscheinlich mal abschließen. Ja, ich kann dir den Link mal raussuchen, beziehungsweise schicken. Den können wir mal noch in die Shownotes packen, damit alle schön Jan Tenner CDs geschickt bekommen. Das fände ich ganz toll, ja. Das würde mich persönlich sehr freuen. So, ich habe jetzt aber nichts mehr zu sagen, außer dass die Antenne sehr schön ist und ihr es vielleicht hören sollt. Ja, dem schließe ich mich an. Das soll es gewesen sein für unser heutiges Kalendertürchen. Wir sprechen uns oder hören uns morgen wieder und euch noch einen schönen Tag. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Psst, auch dieses Jahr haben wir wieder fantastische Preise bei unserem Adventskalender in der Verlosung. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt unter diese oder eine der nächsten Kalendertürchen einen Kommentar und nimmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Wir verlosen fantastische Preise unter anderem von Winterzeit Audio, Titania Medien, vom Riva Verlag und auch von Sony Europa. Also, einfach einen Kommentar schreiben unter dieser Folge und ihr seid mit dabei. Viel Erfolg und es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen. Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com slash spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me slash spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich sowie unsere Station Voice Heinz Kreienbaum. Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter jeweils unter spezialgelagert und bei YouTube als spezialgelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43 43 0. Die Nummer lautet 0.